Straftäter nach Afghanistan abgeschoben. Im Abschiebeflugzeug, das heute 28 Afghanen von Leipzig nach Kabul ausgeflogen hat, saßen auch drei Straftäter aus Bayern. Innenminister Herrmann begrüßte diese erste Abschiebung nach Afghanistan seit drei Jahren. Zugleich verlangte er von der Bundesregierung, weitere 174 Afghanen und 203 Syrer wegen schwerer Straftaten aus Bayern abzuschieben.